Na was geht ab alles klar mbh? Willkommen zu Nier Automata und zwar heute mit dem NDG. Wie überspringt das ganze mal, damit es etwas schneller geht. Wir kommen gleich zu dem Punkt Kapitel 101-2. Da startet ihr das erste mal mit 9S. Ich habe jetzt eine halbe Stunde gebraucht, um das Ende zu finden. Mit gestern sogar noch länger. Weil ich kann mir keiner erzählen, dass sich jeder jede Stelle merkt. Und wie gesagt, das ist ja jetzt schon eine Weile her, dass wir mit 9S gespielt haben. Gerade hier so am Anfang. Und zwar NDG ist relativ easy, wie gesagt. Ganz immer das Zeug machen. Steppen wir erst mal zu dem ganzen Wasser hier vor. So, jetzt müssen wir bloß aufpassen, dass wir nicht klatschen. Hier ist halt das Blöde, man kann nicht springen und gar nicht. Das haben wir ja selber rein gelöst. Aber wie gesagt, das Angel-Problem ist halt, es zieht sich extrem. Ich muss so sagen, jetzt so durch die Enden. A, B, C, D, E, F. Wenn man Level 9 Angel ist, es geht alles relativ zügig. Also gerade jetzt C, D. Okay. So, das kann man irgendwie überspringen. Na, kann man kraschisch aus. So, und jetzt kann man. Wir müssen hier auf die Kiste. Oder zu der Kiste. Steppen wir den Kran links. Und damit haben wir NDG. Ein erst letzter Worte waren, mein Interesse an den Maschinen ist zu groß. Ich ziehe los, um sie zu studieren. Dann wurde er nie wieder gesehen. Hungry for knowledge. NDG. Und das war's dann an der Stelle schon. Das begann Like und Abo da. Insta, TikTok, Threads. Und würde sagen, sehen wir uns beim nächsten Ende. Bis dahin. Ciao, ciao.